Puh, what's up, Freaks? Willkommen zu meinem Patreon-Video. So, first creating YouTube-Videos. Freak sein, frei sein. Endlich ist die Patreon-Seite aufgesetzt. Wir haben hier ein recht schönes Bild von Ova ja damals erstellt. Haben wir genommen. Wir haben hier eine kleine Beschreibung, die ich denke, jeder sich selbst einmal durchlesen kann, der das denn auch möchte, überhaupt. Ähm, naja, erstmal zu Patreon. Patreon ist eine Möglichkeit, um einem YouTuber oder einem, äh, jemandem, der einem gefällt im Internet, äh, Geld zukommen zu lassen. Auf monatlicher Basis in diesem Fall. Das ist dann hier einfach mal über den Button Become a Patreon oder Patron oder... Ich weiß gerade nicht, das richtige Wort. Also, wie man es richtig ausspricht. Auf jeden Fall, ähm, gehen wir mal kurz auf meine Milestone-Goals ein und dann nochmal auf die, äh, wenn ihr was gespendet habt, was ihr dann bekommt dafür. Äh, kurz auf die Milestone-Goals. Wenn insgesamt auf dem Profil, ähm, 16 Dollar aka 13 Euro gespendet wurden, ist es mir endlich ermöglicht, äh, kann ich wieder meinen TF2-Server erstellen. Das bedeutet, ich hab auch die ganzen alten Config-Daten noch. Das ist also alles noch vorhanden in dem Sinne. Das heißt, wenn ich 13 hab, kann ich den Server quasi, vermute ich, jetzt mal an demselben Tag noch bestellen und machen und sofort und so weiter. Deswegen, ähm, ja. Auf jeden Fall auf dem Server wieder, äh, massenweise Community-Events, mindestens, äh, so ein bis zwei pro Monat, vielleicht sogar mehr, wenn wir Lust haben. Äh, wir haben da massenweise Event-Ideen. Das, äh, das wird noch ein richtiger Spaß werden. Äh, zweite Milestone-Goal ist quasi, wenn insgesamt 28 Dollar, aka 23 Euro auf dem Profil gespendet wurde. Was ist mir nämlich erlaubt, nicht nur den Server zu, äh, bestellen, sondern auch, äh, ein besseres, äh, besseres Internet zu haben. Was im Grunde bedeutet, 100.000er Internet, ich hab momentan 32.000er Internet. Äh, 100.000, äh, 100 Kbitz-Internet würde einfach bedeuten, dass ich, ähm, unter anderem, äh, schnelle uploaden kann, mindestens dreimal so schnell wie vorher. Und unter anderem auch, dass, ähm, ich live, dass ich, wenn ich live-streame, dies in höherer, äh, Qualität tun kann. Momentan stream ich ja so in 720p und, äh, ich bin ja eher so jemand, der gerne auf, äh, der gerne auf 1080p streamen würde, aber da fehlt mir, äh, da fehlt mir eine Menge Datenrate, muss ich einfach sagen. Und deswegen, äh, würdet ihr mir damit helfen und in dem Sinne auch euch selbst helfen. Hehe. Dann, ähm, das letzte Milestone-Goal ist eine vernünftige Videokamera. Ähm, ich würde gerne meine Twitch-Kamera ersetzen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ähm, unter anderem wird einmal dann halt dadurch die Qualität der Live-Streams erhöht, denn ich hab da so meine Ideen mit Greenscreen, so wie die ganz großen Twitcher das machen. Das ist auch, das möchte ich auch gerne machen. Aber da hab ich halt nicht die Kamera zu. Mit einem Galaxy S2 ist das sehr schlecht zu machen. 10, meine 10 Euro Webcam, ja, da könnt ihr euch selbst draus malen, wie gut ein Greenscreen da, Greenscreen damit funktionieren würde. Außerdem kann ich dadurch andere Projekte anfangen, wie zum Beispiel Vlogs, was ich schon immer machen wollte, aber ich bringe es einfach nicht über das Herz, Vlogs mit meinem Galaxy, Galaxy S2 zu machen. Das ist einfach, ich hab gewisse Qualitätsansprüche, die ich an mich selbst stelle, das geht einfach nicht. Außerdem möchte ich gerne mal so andere Videoprojekte machen, wie zum Beispiel, wie die, wie solche Comedy-YouTuber das machen. Einfach mal irgendeine, so eine kleine Drei-Minuten-Szene mit Reden, Comedy, bla bla, also so kennt man ja auf YouTube, sag ich jetzt mal allgemein. Muss ich glaube ich nicht drauf eingehen. Wollte ich auch schon immer mal machen, aber ohne Kamera ist das einfach immer sehr, sehr schlecht, muss man ja einfach sagen. Ansonsten, wenn ihr dann gespendet habt, es geht ja nach Beträgen, die ihr einstellen könnt, das könnt ihr entweder monatlich machen, dass jeden Monat der Betrag abgezogen wird, oder ihr könnt das einmal machen, dass der Betrag einmal abgezogen wird und dann einfach das, dass wieder diese Zahlungsgeschichte wieder einfach abbestellen. Das Geld ist dann quasi schon überwiesen und ihr bekommt auch die Belohnungen nur, müsste, da ist es dann nicht so, dass es jeden Monat ist. Das heißt, ihr habt da dann auch eure, ihr könnt das dann quasi auch ein bisschen selbst, ja, einstellen. Das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber auf jeden Fall. Gucken wir erstmal einfach ganz simpel. Für einen Dollar, das sind so 80 Cent, habe ich jetzt einfach mal, einfach bedanke ich mich auf jeden Fall hier, in dem Fall, dem Ziel einen kleinen Schritt näher sein. Bei zwei Dollar wäre eine, wäre ein Platz in meiner Videobeschreibung für euch reserviert. Ja, quasi in jedem Video, das ich in diesem Monat dann release, in dem ihr gespendet habt, steht in der Videobeschreibung mit drin und könnt euch erfreuen, eure Namen dort zu sehen, in dem Sinne. Und, und natürlich für 6 Dollar, das wäre wieder, das hat was mit dem Server zu tun, 6 Dollar, aka 4,80 Euro, gibt euch den Donorrang, das heißt den gespendet Rang auf dem TF2-Server. Wir hatten ja damals schon einen TF2, der so einen Rang gehabt, der es einem quasi erlaubt hat, so kleine Geschichten zu machen, wie Schriftart ändern und da hatten wir einen kleinen Titel mit Donator und solche Geschichten. Keine gameverändernden Vorteile oder ähnliches, weil, das ist es nicht wert. Das mag keiner. Irgendwie, ganz ehrlich gesagt. Dementsprechend. Donor-Vorteile sind kleine Vorteile, aber es ist doch noch halt schön. Ihr habt dann, ihr helft mir auf jeden Fall sehr viel damit, wenn ihr das tun würdet. Ähm, wäre auch noch mehr, wenn ihr mir da Bescheid geben, äh, könnte. Ich weiß zwar, dass man auf, ähm, Patreon Bescheid bekommt, wer gespendet hat, allerdings, ähm, wäre es noch ganz nett, wenn ihr mir das nochmal eben, wenn ihr mir, wenn ihr, äh, den Donorrang gespendet habt, dass ihr mir da eben noch auf Steam oder auf YouTube Bescheid gebt, dass ich euch da auch dann sofort eintragen kann, sobald ich es sehe. Ansonsten denke ich, war es das zu Patreon. Ich, äh, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es euch überhaupt interessiert, mich zu unterstützen in dem, in dem, in der Geschichte. Wie gesagt, das ganze Geld hat was mit YouTube hier zu tun, in dem Sinne. Man sieht's ja alles hier. Und, äh, ja. Ich denke, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ähm, ihr seid zufrieden mit dem, was ich hier jetzt gemacht habe. Bitte.